Hallihallo und herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal PCCheck zu einem neuen Video. Heute mal wieder med Gaming und Office und zwar mit dem AMD Gaming Hinkowitz PL, wahrscheinlich Preis-Leistung für 1531,19€. Ihr habt vor kurzem einen Fertig-PC ohne Windows gekauft und wollt euch einen Aktivierungsschlüssel besorgen? Dann schaut gerne mal über den Link in meiner Videobeschreibung bei meinem Partner VIP CDK Deals vorbei, denn dort könnt ihr mit dem Rabattcode PCHK ganze 30% bei Microsoft Produkten sparen. Zahlen könnt ihr ganz bequem via Sofortüberweisung, Visa, PayPal und so weiter. In meinem Fall habe ich PayPal gewählt, weil dies für mich die schnellste Variante war. Danach werdet ihr automatisch in euer Benutzerkonto weitergeleitet und könnt euch dort den Code anzeigen lassen. Den kopiert ihr nun, sucht über die Windows Taskbar nach Aktivierungseinstellung, fügt dort euren Code ein und ihr habt nun ein aktiviertes Windows. Wie immer, das System wurde mir vorgeschlagen in unserem Video-Vorschläge-Kanal auf Discord, der Link ist in der Videobeschreibung, in dem Fall von NoStarQ und das schauen wir uns jetzt mal an. Kommen wir wie immer erst zu dem Bild, das ist das ganz normale Gehäusebild mit einem kleinen Hinkowitz da unten, der mit einer Grafikkarte telefoniert. Den gibt es nicht mit dabei, es geht wirklich nur um das Gehäuse und das stimmt soweit. Starten wir mit dem Prozessor, das ist ein AM5 Prozessor und zwar der AMD Ryzen 5 7600. Das ist ein Sechskerner mit 12 Threads, 65 Watt TDP und unterstützt offiziell DDR5 5200. Könnte auch ganz easy mit 6000 laufen lassen, ist kein Problem. Jetzt kann man natürlich sagen, warum nehmen sie nicht den 7500F? Ganz einfach, der 7600 hat eine integrierte Grafikeinheit, die könntet ihr theoretisch benutzen, wenn zum Beispiel die Grafikkarte mal ausfällt. Dazu hat er noch einen etwas höheren Takt. Da liegt der Preisunterschied gegenüber dem 7500F bei ca. 30 Euro jetzt tagesaktuell, deswegen den 7600er kann man ruhig nehmen. Ist halt nur als Tipp gedacht, falls ihr noch ein bisschen sparen wollt, nehmt den 7500F, wenn euch die integrierte Grafikeinheit sowieso egal ist. Zum Zocken ist der natürlich ganz easy geeignet. Wenn ihr jetzt streamen wollt, bin ich persönlich immer so ein Verfechter davon, man nimmt mindestens einen 8kerner, weil halt OBS und dann noch Spotify und Discord und der Streamchat an sich und so weiter noch mitläuft. Deswegen würde ich lieber einen Prozessor mit mehr Kernen nehmen. Ansonsten rendert hier halt über die Grafikkarte. Und der kostet 197 Euro beim Mindfactory. Das Mainboard ist natürlich ein AM5 Mainboard, wie soll es auch anders sein, mit dem MSI B650 Gaming plus WiFi. Der B650 Chipsatz ist für den Prozessor natürlich ganz locker geeignet. Ihr könntet sogar einen 7800X3D da drauf schmeißen. Das gibt auch keine Probleme oder so. Ansonsten habt ihr gekühlte Spannungswandler, vier RAM-Bänke, hier kann SSD verbaut werden, hier noch eine weitere SSD, hier kommt die Grafikkarte rein und dann habt ihr noch zwei Erweiterungsslots für eine Capture Card oder ja, eine WLAN-Karte braucht ihr in dem Fall nicht, weil das Board bringt WLAN mit. Aber es gibt dann noch andere Erweiterungsmöglichkeiten. Was die Anschlüsse angeht, haben wir 7.1, WLAN- und Bluetooth-Antennenanschluss, 4x USB 3.0, 3x USB 3.1, USB-Typ C ist auch mit am Starten, Netzwerkanschluss, DisplayPort und HDMI könntet ihr theoretisch nutzen. Sagen wir jetzt mal wirklich, die Grafikkarte fällt aus, könnt ihr da einen Monitor anschließen, eure Daten sichern oder sonst was. Und das hier scheint noch irgendwie ein BIOS-Flashback-Button oder so zu sein. Das Board ist jetzt nichts Besonderes, ist jetzt nicht das Teuerste auf dem Markt, ist aber auch nicht das Billigste, das reicht in dem Preisbereich völlig aus. Und das kostet 176,38€ beim Mindfactory. Das Gehäuse ist ein Silent X, was für ein Name, X912.ARGB Glasfenster. Das bringt schon drei RGB-beleuchtete Lüfter in der Front mit, A 120mm und einen 120mm Lüfter unbeleuchtet im Heck. Ansonsten hat es halt eine Mesh-Front, hier so ein X da drauf und hat eine schöne Glasscheibe und ist halt so ein Standard-Gehäuse. Bringt aber zumindest Airflow mit, von daher ist das schon völlig okay. Und das kostet 67,90€ bei Computersource.de über eBay. Das Netzteil ist ein BeQuiet PurePower 12M 550W ATX 3.0. Das hat zehn Jahre Herstellergarantie, ist 80 plus Gold zertifiziert und voll modular. 550Watt klingt erstmal nicht viel, reicht für das System aber ganz dicke aus. Denn die Grafikkarte pfeift sich in der Spitze 220Watt rein und der Prozessor ist halt mit 65Watt angegeben. Lasst ihn 150 ziehen, völlig egal, da reicht das Netzteil einfach dicke aus. Solltet ihr natürlich auf die Idee kommen, da hinterher noch irgendwie eine fette Grafikkarte wie eine 4080 oder so reinzuschmeißen oder gar eine 4090 oder ein Prozessor, der noch viel mehr verbraucht, dann würde ich das Netzteil upgraden. Das bringt aber auch schon den ATX 3.0 Standard mit, das bedeutet für euch unter anderem, dass wenn ihr eine Grafikkarte habt mit diesem 12V High Power Anschluss, dass dieses Kabel schon mit dabei ist, direkt beim Netzteil. Da braucht ihr dann nicht mit irgendwelchen Adaptern oder so arbeiten. Ich persönlich wäre für die Zukunftssicherheit auf ein stärkeres Netzteil gegangen, aber wie gesagt, für die Kiste reicht es aus. Und das kostet 82,40€ bei Mindfactory. Die Grafikkarte ist eine Gigabyte GeForce RTX 4070 Super Windforce OC 12 Gigabyte. Hier wissen wir immerhin, was wir bekommen. Halt die 4070 Super als Windforce Variante. Das ist eine gute Karte für Full HD und WQHD. Für 4K, ja, kommt auf die Einstellung an. Erwartungshaltungsmanagement. Wenn ihr damit cool seid, dass ihr irgendwie Cyberpunk auf volle Möhre spielt mit 30 Bildern die Sekunde, ja, dann könnt ihr die nehmen. Aber wenn ihr jetzt erwartet, ihr wollt mindestens 100 FPS oder so, ja, dann müsstet ihr eine andere Grafikkarte nehmen. Den FPS, das dazu findet ihr wie immer in der Videobeschreibung. Und die kostet 652,99€ bei TrendIT über Ebay. Der Arbeitsspeicher G-Skill Flare X5 Schwarz Dimm Kit 32 Gigabyte DDR5 6000 MTS CL30. Hätte ich genauso gemacht. Ja, hätte ich einfach genauso gemacht. 32 Gigabyte völlig okay. 6000 MTS ist auch ganz schön für AMD. CL30 ist auch okay. Hat jetzt kein Bling Bling dabei. Bin ich jetzt aber auch nicht so der Verfechter von, dass man jetzt RAM braucht mit RGB Beleuchtung. Ich hätte ihn genauso reinkonfiguriert. Ist halt einfach so. Und den haben wir auch schon oft reinkonfiguriert bei anderen Systemen. Die Leute sind alle soweit happy. Ihr habt halt unter anderen bei solchen RAM den Vorteil, wenn jetzt kein Bling Bling oder so dabei ist, dass der relativ flach ist. Das bedeutet, wenn ihr einen Luftkühler nehmt, der eventuell über den RAM steht, dann habt ihr da keine Probleme, dass ihr irgendwie den Lüfter höher setzen müsst oder so, weil er halt sehr flach ist. Der bringt auch AMD Expo als Profil mit. Also ihr müsst jetzt nicht mit XMP oder so hantieren oder selber was einstellen. Einfach Expo aktivieren. Mad Gaming macht das sowieso schon für euch, dann passt das. Und der kostet 120,50 Euro beim Mindfactory. Der CPU-Kühler ist ein Endofy Fortis 5a RGB. Der hat eine TDP-Klassifizierung von 220 Watt. Gut, ich hatte ihn im Test, ich glaube unter 190 oder 200 Watt Auslastung. Das hat er für 10 Minuten geschafft im Cinebench. Er sieht jetzt nicht nach viel aus, aber er macht seinen Job. Er kühlt auf jeden Fall auch diesen Prozessor, weil der sich sowieso nicht diese Wattzahlen reinpfeift. Das ist in Ordnung. Und der kostet 46,89 Euro beim Mindfactory. Die SSD ist eine Kioxia X-Serie G2 SSD 1TB. Die hat eine Lesegeschwindigkeit von 2100 MB die Sekunde und eine Schreibgeschwindigkeit von 1700 MB die Sekunde. Da wäre ich lieber auch noch mit einer NV2 gegangen. Also ich dachte schon, es geht nicht mehr schlechter, aber diese SSD ist tatsächlich noch langsamer. Über die 1TB kann man reden, muss jeder selber wissen. Aber die Geschwindigkeit dieser SSD ist halt einfach, ja, nicht gut. Da hätte man vielleicht auch einen NM620 von Lexa oder so nehmen können oder eine SN770 oder irgendwas in die Richtung. Ja, hier haben sie ordentlich gespart, leider. Und die kostet 52,92 Euro über Amazon. Das Betriebssystem ist Windows 10 Pro, Upgrade selbstmöglich. Warum man da jetzt Windows 10 Pro nimmt? Ich kann mir nur vorstellen, dass die Keys günstiger sind als jetzt bei Windows 11 und man kann es halt upgraden auf Windows 11, sofern ihr das dann benutzen wollt. Es gibt natürlich auch noch Verfechter von Windows 10, die sagen dann, ich arbeite lieber mit Windows 10. Okay, dann mach das. Irgendwann wird dafür der Support aber auch eingestellt. Und das kostet 15,99 Euro bei Hitori. Was hier noch dabei steht, Installation aller wichtigen Treiber. Das ist bei den meisten Systemintegratoren so, wenn sie Windows 4 installieren. Zumindest der Grafikkartentreiber schon mal mit dabei und auch der Chipsatztreiber. Update auf neueste Windows-Version sowie BIOS-Update. Ja, das stimmt so halb. Also BIOS-Update, okay. Windows-Version ist dann halt die neueste Windows 10-Version. Einstellung der Lüfterkurven aller Lüfter für einen flüsterleisen Betrieb. Ja gut, da wird einfach das Silent-Profil aktiviert, denke ich mal. Oder die haben so eine vorgefertigte Lüfterkurve, die sie dann einstellen. Einstellen des XMP-Profiles für den RAM. In dem Fall ist es Expo. Aber ja, machen die meisten Systemintegratoren auch. 24 Stunden Stress-Test für CPU, RAM und Grafikkarte. Das machen auch sehr viele. Unter anderem Krotus, da weiß ich das. Da war ich auch mal vor Ort. PC anschließen und sofort loslegen. Ja, okay. 24 Monate Herstellergarantie ist Standard. Schauen wir uns da die Liste an. Haben wir hier die SSD, den Prozessor, den RAM, die Grafikkarte, das Mainboard, den CPU-Kühler, das Gehäuse, das Netzteil und Windows. Und da landen wir bei einem Gesamtpreis von 1.412,97 Euro. Und das System kostet 1.531,19 Euro. Da seid ihr jetzt bummelig bei einem Aufpreis von ca. 120 Euro. Dafür brauche ich keine Alternative raussuchen. Das ist völlig in Ordnung. Die Konfiguration ist soweit auch okay, bis auf die SSD, die feiere ich jetzt nicht so. Das Netzteil hätte ein bisschen stärker sein dürfen. Gerne dann auch nochmal das System 20 Euro teurer machen, ist ja wurscht. Aber dann hat man für die Zukunft vielleicht noch bessere Möglichkeiten zu upgraden. Was viele nicht so verstehen, die nicht so viele Videos von mir geguckt haben, natürlich ist mir vollkommen bewusst, dass bei Geizheiz das System nicht zusammengebaut ist. Und ich weiß auch, dass die Leute noch Versandkosten zahlen müssen. Manchmal. Bei Geizheiz ist es einfach so, wenn man sich alles bei Mindfactory dann zusammensucht, bezahlt man zwischen 0 und 6 Uhr einfach keine Versandkosten. Das ist bei Mindfactory so. Das nennen die Midnight Shopping. Deswegen lasse ich solche Sachen immer außen vor. Und natürlich bauen die für diese 120 Euro das System auch zusammen. Und das ist auch gerechtfertigt. Mindfactory zum Beispiel selber bietet für 190 Euro an, das Ding zusammenzubauen. Und ich glaube Alternate, das ist auch so um den Dreh, so 190, 200 Euro circa. Deswegen haben wir da immer einen guten Anhaltspunkt, was ist zu teuer, was ist günstig, was ist in Ordnung. Und das hier ist im Verhältnis zu Mindfactory sogar günstig. Das Ding bei Mad Gaming ist einfach, man kann jetzt von dem einen System nicht darauf schließen, dass die anderen Systeme auch günstig sind. Hier hat man zum Beispiel so ein System, das wurde auch bei uns in die PC-Laber-Ecke reingepostet. Da wird ein Bild gezeigt, was schon mal gar nicht stimmt. Also die Grafikkarte stimmt nicht, die Lüfter stimmen nicht. Man sieht hier unter anderem, dass eine NZXT Kraken 360 RGB Black da drin verbaut wird. Dazu aber 7x1er-Pack Arctic P12. Das heißt, ihr habt unterschiedliche Lüfter. Das ist erstmal nicht schlimm. Die Funktion ist natürlich gegeben, aber optisch macht es was aus. Genauso wird hier eine GeForce RTX 4070 Ti super gezeigt. Die Windforce, die hier auf dem Bild, das ist irgendeine Zotac. Da kann man drüber streiten, was Grafikkarten angeht. Da will ich jetzt auch gar nicht so drauf rumreiten. Ich wollte nur darauf aufmerksam machen. Was dann hier wieder reingrätscht, bei einem System für 2717 Euro ist einfach nur 1TB SSD drin. Ja, ihr könnt es umkonfigurieren. Ihr könnt euch mehr reinpacken, dann wird es wieder teurer. Schauen wir uns da mal den Preis an. Haben wir hier die SSD, den Prozessor, den RAM, die Grafikkarte, das Mainboard, die Lüfter, das Gehäuse, die Wasserkühlung, das Netzteil und Windows. Da landet ihr bei 2359,88 Euro. Und das Teil kostet halt 2717,55 Euro. Da seid ihr dann schon bei einem Aufpreis von roundabout 350 Euro. Ist jetzt auch nicht mega überteuert, aber da spielt jetzt wieder die 1TB SSD rein. Das Bild, was nicht stimmt und so weiter. Ihr wisst, was ich meine. Also uneingeschränkt empfehlen kann man Mad Gaming, was Preis-Leistung angeht, nicht. Aber das System ist tatsächlich völlig okay. Gut, das wäre es dann auch wieder mit diesem Video. Vielen Dank fürs Zuschauen. Lasst ein Däumchen nach oben da, wenn es euch gefallen hat. Bis dahin, auf Wiedersehen und ciao, ciao. Bis dahin, auf Wiedersehen.